So, wir beschäftigen uns heute mit den Funktionen, haben wir ja letzte Woche alles gelernt. Liebe Schüler, Herr Dollhoff, wie sieht's mit Ihnen aus? Können Sie das ausrechnen? Boah, wie sieht das hier schon wieder aus? Das Zimmer ist ein einziger Sauerstall, in der Küche steht das Geschirr rum, der Müll ist nicht draußen. Hi Mama. Das hat ja wohl einen Grund, warum ich ausgezogen bin. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, my darling, keep your head up, keep your heart strong, oh, no, no, keep your mindset in your ways, keep your hair, keep your hair long.